Wir betreiben Tauchbasen in Europa und in Afrika. Wir haben momentan drei Tauchbasen im südlichen Ägypten, eine auf Mallorca und eine in Kroatien. Jede Art von Taucher, es spielt keine Rolle, ob jemand als Anfänger zu uns kommt, als Profi, als Fortgeschrittener. Also bei uns gibt es für jeden was. Im Prinzip kann man unsere Reisen zum Beispiel in Ägypten bei jedem Reiseveranstalter buchen, der standardmäßig am Markt ist, der unsere Hotels anbietet. Spanien und Kroatien ist ganz viel Selbstanreise. Da kann man sich selber organisieren, aber die ganzen Infos gibt es auf unserer Internetseite. Mein persönliches Highlight, aber da gibt es viele. Jede Destination hat was Besonderes. Den Fischreichtum im Roten Meer kann man im Mittelmeer nicht finden. Der Flair, den man an der Mittelmeer-Tauchbasis haben kann, auch was das Ganze drumherum angeht. Mit Kultur und Altstadt und gutem Essen, das hat man wiederum am Mittelmeer. Also da muss sich jeder für sich das raussuchen, was ihm am besten gefällt. Jawohl, und ab 2015, also ab diesem Jahr, werden wir auch noch auf Bali zu finden sein. Also das heißt, der asiatische Raum wird jetzt dann von uns auch mit abgedeckt werden.